Was ist durch den Klimawandel? Durch den Klimawandel werden wir mehr Sturmeinsätze bekommen, mehr Hochwassereinsätze und mehr Einsätze durch die Trockenheit. Das heißt, die Waldbrände und Vegetationsbrände werden enorm zunehmen. Also wir haben 2018 eigentlich alle drei Szenarien schon heftig erlebt. Die langanhaltende Trockenheit von April bis August, September, kaum Regen, viele, viele Waldbrände, große Waldbrände. Wir haben allerdings auch Hochwasser erlebt. Das heißt, punktuell hat es so stark geregnet, dass Bäche, Flüsse über die Ufer getreten sind, von denen man das nie vermutet hat. Und wir haben Sturmeinsätze erlebt, auch in einem Ausmaß, wie wir es eigentlich nie vermutet haben. Und das gleiche Szenario wiederholt sich gerade in 2019. Das heißt, wir haben jetzt schon eine sehr frühe Waldbrandsaison mit sehr vielen Waldbränden. Wir haben aber auch die Sturmeinsätze bedingt durch örtliche Tornados. Und wir haben auch wieder Hochwasser, Murenabgänge, Schlammlawinen. Also auch bei meiner Feuerwehr nehmen wir diese Ausmaße wahr. Das heißt, Waldbrände hat es dort lange nicht gegeben. Ja, auch jetzt gibt es dort Flächenbrände, Vegetationsbrände in einem zunehmenden Maße. Hochwasser ist nicht unbedingt das ganz große Problem für diese Stadt, weil in meiner Heimatstadt hat man sehr früh präventive Maßnahmen ergriffen. Das heißt, sehr große Kanäle mit Sammelbecken gebaut, sodass sie von Hochwasser nicht mehr so gebeutelt sind, aber von Stürmen sind sie nach wie vor gebeutelt. Also auch die Einsätze nehmen nur zu. Ich glaube, die größte Herausforderung ist für uns in der Tat die Zunahme der Waldbrände. Wir haben das lange nicht gehabt in Deutschland. Der letzte riesengroße Waldbrand war 1975 in Niedersachsen. Dort sind leider auch einige Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Wir haben viele Lehren daraus gezogen, aber weil es eben nicht mehr so oft gebrannt hat, in den Wäldern haben wir viele Dinge vergessen. Wir müssen in der Prävention wieder mehr machen. Das heißt, hier sind die Förster, die Waldbauern gefordert. Breite Waldwege, das sind unsere Angriffswege, damit wir schnell nah an das Feuer rankommen. Man muss auch vielleicht so ein bisschen die Balance hinkriegen zwischen dem, was man ökologisch haben möchte, also dem natürlichen Wald. Man muss vielleicht die Dinge wieder aus dem Wald wegräumen, also die Brandlasten entfernen, umgefallene Bäume, die man eigentlich liegen lassen möchte. Damit die Waldökologie halt eben stimmt, muss man vielleicht auch wieder rausholen, damit eben die Brandlasten nicht so hoch sind. Und wir müssen etwas wieder lernen, dass man sich, eigentlich weiß man das auch, dass man sich bei hohen Temperaturen eben nicht so dick kleidet, wie wir es bei einem Innenangriff, bei einem Industriefäuer, bei einem Wohnungsbrand tun. Sondern bei den Waldbränden brauchen wir eigentlich eine leichte Kleidung. Das haben wir vielfach über Bord geworfen, weil wir es eben nicht brauchten. Da müssen wir uns wieder daran erinnern. Also diese Einsätze sind körperlich extrem belastend. Diese hohen Temperaturen, dann Schutzkleidung, dann die hohen Temperaturen vor Ort. Das heißt, wenn man an der Front des Waldbrandes eingesetzt ist, da ist das extrem heiß. Wir müssen das Personal viel früher, viel schneller austauschen. Der Personalbedarf ist weitaus höher als bisher. Und letztendlich müssen unsere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auch wieder lernen oder ihren Arbeitgebern sagen, dass sie vielleicht doch nicht nach zwei Stunden wieder nach Hause kommen, sondern dass das so langfristige Einsätze sind, dass sie erst nach Tagen, wenn wir Pech haben, nach Wochen wieder zurückkommen an den Arbeitsplatz. Also man muss sich, glaube ich, erst mal darüber im Klaren sein, dass die Hauptlast aller Einsätze in Deutschland bei den freiwilligen Feuerwehren liegt. Wir haben zwar 30.000 Berufsfeuerwehrleute, aber vornehmlich in den großen Städten, also in den Großstädten. Der Rest des Brandschutzes, 60 Prozent, wird von den freiwilligen Feuerwehrleuten abgearbeitet. Und das ist auch so bei Waldbrennen, bei Katastrophenlagen. Das ist auch nicht nur bei Feuerwehrleuten so. Die kommen aus dem Ehrenamt, müssen halt eben von zu Hause weg, müssen von ihrem Arbeitsplatz weg, um diese Einsatzszenarien abzuarbeiten. In Teilen sind wir darauf vorbereitet, aber es gibt Defizite. Also wir müssen, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, noch mal über die Kleidung nachdenken. Bei gerade Waldbrandeinsätzen muss ich nicht unbedingt diese schwere Kleidung tragen, die den Körper noch extrem vom Gewicht her und auch vom Verlustigkeitsverlust her belastet. Ich brauche also eine etwas leichtere Kleidung. Wir müssen uns auch wieder darüber Gedanken machen, dass wir gelindegängige Fahrzeuge haben müssen. Viele Feuerwehren haben immer nur gedacht, naja, ich bereite mich auf den Einsatz in der Ortschaft, auf der Straße vor. Ich brauche keine geländegängigen Fahrzeuge, jedenfalls nicht in der Vielzahl. Da müssen wir den Schritt wieder zurück machen. Wir müssen wieder Fahrzeuge, vielleicht auch vom Typ Unimog, kaufen, die also vollgeländefähig sind, vollgeländegängig sind. Und wir müssen uns letztendlich in der Ausbildung noch einmal darauf konzentrieren, die Gefahren, die besonderen Gefahren, gerade bei solchen Einsätzen herauszuarbeiten und besonders auszubilden. Also wir diskutieren das Thema Klimawandel natürlich auch international mit unseren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden in anderen, vornehmlich europäischen Ländern. Das Thema Klimawandel ist überall präsent. Das heißt, die gleichen Probleme, die wir in Deutschland haben, stellen auch andere Feuerwehren fest. Und es gibt hier einen sehr intensiven Austausch, der noch viel tiefer werden soll. Wie bereiten wir uns darauf vor? Und ich will nur ein Beispiel aus Frankreich nennen. Die Franzosen haben uns gesagt, na, wenn du ein Flugzeug brauchst und es taktisch einsetzen kannst, die Voraussetzungen erfüllt sind, du also den Lufttaktiker vor Ort hast, dann schicken wir dir gerne zur Unterstützung unsere Flugzeuge. Und wir hätten dann aber im Gegenzug auch gerne deine Hubschrauber, wenn wir die Hubschrauber benötigen. Da sehe ich auch kein großes Problem drin. Das kann man tun. Also dieser Austausch ist sehr intensiv und ich halte ihn auch für sehr positiv. Das kann man tun.